Ah! Oh oh, jetzt passiert irgendwas mit Jax. Was zum? Au! Jax! Nelin, hör auf! Das ist gefährlich! Und das war tödlich. Weil die Nelin nicht angeschnallt war. Jetzt liegt sie irgendwo unter dem Auto. Was ich ganz stark vermute. Zumindest draußen. Reifen ist kaputt. Da ist Jax. Und wo ist Nelin? Daneben. Erst wird ihn nicht überlebt haben. So, willkommen zurück. Ja, wir sollen jetzt mit Charles Nelin töten. Und ich schaue erstmal, was wir so finden hier. Da muss ich jetzt ganz langsam rangehen. Ich habe nämlich null Ahnung, was es so gibt. Ja, wir gehen erstmal ganz da hinten durch. So. Papa, kommt Mami bald heim? Sehr bald, mein kleines Blauchen. Mami mag Jax nicht mehr. Weil der böse war. Der war doch nicht böse. Ja. Schön ruhig. Ich mache alles wieder gut. Mami's Bein heilt nicht mehr. Es ist zu spät. Oh, das kriegen wir auch noch hin. Aber jetzt... helfe ich erstmal meiner Kleinen. Oh, oh. War's das schon? Go, oh, oh. Oh, oh. Ich hab' gar nicht gedacht. Nylins Erinnerung Ach so Was? Ach nö In die gleiche Erinnerung nochmal Jetzt muss ich Nylin töten oder so? Den Unfall, den hatte ich ja schon mal Beim letzten Mal Äh Ja, hab ich Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt Kann ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor Hattest du Zeit, mein Memo über die Memo-Wil-Therapie zu lesen? Auf mit Mami Hallo, mein kleines Schlauschen Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn Was macht der denn jetzt? Kannst du auf den Handy laufen? Stellt ihr die Möglichkeit vor? Das war die Erinnerung, die ich ja, glaube ich, abgespielt habe Das menschliche Gedächtnis steuern Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist Wir könnten was zu essen mitnehmen Ich wunderte mich, warum es so ruhig war Ich sollte dich bestrafen, meine Liebe, aber ihr beiden seid so süß zusammen Löschen Sie einen Erinnerungsfehler aus Okay Erstmal ganz zurück Komm schon Einen Erinnerungsfehler auslöschen Ich weiß jetzt nicht, ob ich den hier Das war den Kaffeebecher Sicherheitsgurt Ich muss deinen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm So Ja, Jax, du bist der Beste Hast du Jax gefunden? Jax, Jax! Ja, hab ich Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt Ich war den ganzen Tag im Labor Hattest du Zeit, mein Memo über die Memoriel-Therapie zu lesen? Schatz, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden Ich glaube, Gedächtnis ist schade Das müssen wir jetzt machen Ich weiß nicht, es nachfängt hier Hallo, mein kleines Schlauchchen Sei brav bei deiner Mutter Weil ich da irgendwie die Erinnerung gelöse Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist Stell dir die Möglichkeiten Nicht das doch auch können So, nochmal zurück, was war das? Stell dir die Möglichkeiten Ach, okay Nein, was ist das denn hier? Stell dir die Möglichkeiten Steckdose, kurz schließen Das menschliche Gedächtnis steuern Das menschliche Gedächtnis steuern Ja, versuch das mal, weil ich muss sie irgendwie noch nicht konzentrieren Ich sollte dich bestrafen, meine Liebe, aber ihr beiden seid so süß zusammen Das ist deine Lieblingsfarbe Pink Okay, das ist es nicht Vielleicht habe ich irgendwas verpasst Nee, schenke-Krieg Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor Hattest du Zeit, mein Memo über die Memo realtieren? Nee, das nicht Den lassen wir mal weg Bauen, Mama, mein Referik Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm Hast du Jax gefunden? Jax Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst das heutige Geburtstag ist Stell dir die Möglichkeiten Die Möglichkeiten vor Hm, kurz schließen Möglichkeiten vor Das menschliche Gedächtnis Dann fix vorspulen Hier war noch nichts richtig Ach, Gär Ach, Gär So, ja, was machen wir mit dem Kaffee? Selna, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein Sie bauen, Mama, mein Referik Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm Hast du Jax War schlimm Hast du Jax gefunden? Jax, Jax Ja, hab ich Und nächstes Jahr Ach, was kann denn noch ausgelöst werden hier? Dass man nicht irgendwie auf die Ampel zugreifen kann, da hinten Ich denke nicht, dass die Kunden, die Kunden, die gut finden werden Ich glaube, Gedächtnisse speichern Frontscheibe Frontscheibe Ich hab' ich jetzt gar nicht gesehen gehabt Oh Ach, ich bin akkuratet Ich bin akkuratet Ich bin akkuratet Ich bin akkuratet Siehst du, dein Roboter repariert sich selbst.